Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Kingdom Rush und guckt mal auf die Diamanten. Oh mein Gott, 1, 2, 3, 4. OMG. Okay, hören wir auf. Nächstes Level. Oh, oh die, oh die, mag ich. Also die oberen. Die mag ich, die mag ich sogar sehr. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich glaube, den kann man freischalten, aber ich bin mir nicht sicher. Also gegen den muss man gleich kämpfen. Das möchte ich sagen. Ähm... Ähm... Ähm, okay. Spinnen. Und dann geht's weiter. Hm, gut. Hm, 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 hm. Das wollte ich nicht. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Umso stärker der Held gleich am Anfang ist, umso besser zum Schluss. So. Alter, wie schnell hat der sich denn generiert? Habt ihr das gerade gesehen? Alter. For the king. Hm, 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 hm. Oh, die, die weggericht. Warte. Also, drei, zwei, eins. Jetzt haltet ihn doch endlich auf. Auch nicht die... Nein, was machst du denn? Junge, bist du eigentlich bescheuert. Danke, dass du ihn endlich angreifst. Ach du Scheiße. Das war nochmal Harschaff. Mmh... Das war nochmal Harschaff. 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 Okay. Freedom. Macho's ready. I gotcha. Bullseye. Reinforce. For the king. Um, hmm, 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 hmm. For the king to lose. Emperate it. Ich hasse diese... Ah, Alter. Oh, genau das meinte ich. Er ist noch nicht mein Boss. Er ist noch nicht mein Boss. Er ist noch nicht mein Boss. Ich habe einige getroffen. Das ist mein Boobstick. Er ist noch nicht mein Boss. Ich lasse es. Er ist noch nicht mein Boss. Das ist schon ziemlich heftig. Das hört sich nicht nach viel an, aber das ist richtig heftig. Er ist noch nicht mein Boss. Siehste? Da kann ganz schnell mal jemand totgehen. Jetzt müssen noch so langsam die Verteidiger wieder hochgeboostet werden. Guck mal wie schnell der Tod geht. Dieses Gift ist richtig heftig. Er ist noch nicht. Er ist bei jedem vergiften. Das ist so geil mit dem Gift. Er ist noch nicht mein Boss. 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 Er ist noch mein Boss. Das war's für Gott. Ja, das ist es. Das ist einfach so ein... Wir sind auch ein richtig cooler Moog, das wirft einfach mehr Äxten um sich. Jetzt kommen die hier vorne hin, damit die verteidigen. Freedom! Freedom! Double Axed! 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 Double Axel! Quarter Roack! unyaへっ! Immer mit so vielen Äxten um sich werfen! So geil ist das Ding, einfach so mit Äxten um sich werfen. Ich kann es nicht genug sagen, bin ich auf genug. Ah, ja. Okay Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao. 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 Ciao.